Die IG Metall erklärt, warum die EU eine gute Sache ist. Das sind Max und Conny. Sie arbeiten für einen Autozulieferer. Beide sind aktive IG Metaller. Im Betrieb wird die Europäische Union oft kritisiert. Manche Kollegen glauben, sie wären ohne die EU besser dran. Doch stimmt das? Durch die gemeinsame Handelspolitik können Conny und Max viele Waren günstig einkaufen. Im europäischen Binnenmarkt können Unternehmen güterfrei austauschen. Das sichert viele Arbeitsplätze. Conny und Max können innerhalb Europas einfach reisen und arbeiten. Ihre Kinder können problemlos in einem anderen europäischen Land studieren. Dank der EU gibt es einheitliche Arbeits- und Umweltstandards. Die deutsche Rechtslage hat sich verbessert. Besonders bei Arbeitssicherheit und Antidiskriminierung. In Deutschland wurde die Beschäftigungsdauer zur Berechnung der Kündigungsfrist für unter 25-Jährige bislang nicht berücksichtigt. Der Europäische Gerichtshof stufte das als diskriminierend ein. Eine gute Entscheidung für Beschäftigte. Dank der EU gibt es in multinationalen Unternehmen europäische Betriebsräte. Der Deutsche Betriebsrat ist nur bis zur Grenze handlungsfähig. Die Europäische Union ist noch lange nicht perfekt. Gewerkschaften kämpfen dafür, dass soziale Rechte in der EU nicht dem Markt untergeordnet werden. Die IG Metall ist für ihre Mitglieder direkt vor Ort in Brüssel. Mit vielen anderen Industriegewerkschaften hat die IG Metall einen europäischen Dachverband gegründet. Damit haben 7 Millionen Industriebeschäftigte eine Stimme in Europa. Die IG Metall fordert für Europa ein Ende der Sparpolitik und mehr Investitionen. Für eine moderne Infrastruktur. Für gute Arbeitsplätze. Für weniger Armut. Außerdem mehr Mitbestimmung und Rechte für europäische Betriebsräte. Mehr Beteiligung der Gewerkschaften bei wichtigen Entscheidungen, die große Folgen für die Beschäftigten haben. IG Metaller wie Conny und Max haben bei wichtigen Verhandlungen vor Ort Flacke gezeigt. Sie finden, dass die EU den Beschäftigten viel bringt und dass es sich lohnt, für ein soziales Europa zu kämpfen. EUROPE OurJob Weitere Infos unter www.IG Metall.de tinham per Ring und drums precis c ं